Um ein Haar wäre Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania erschossen worden. Das Projektil traf ihn seitlich am Kopf und beinahe wäre der Lauf der Geschichte verändert worden. Wie stark diese Veränderung gewesen wäre, ist eine entscheidende Frage, nicht nur was die Ermittlungen angeht über den Schützen, der von Beamten am Ort des Geschehens getötet wurde. Um Trump wurde ein gewaltiger Hype inszeniert, der kaum noch etwas mit der Realität zu tun hat. Das gilt sowohl für Republicans als auch Linke. Die Wähler fokussieren auf ihn, aber sie bekämen letztendlich den gesamten Parteiapparat und eine Agenda namens Project 2025, die kürzlich von der Heritage Foundation vorgestellt wurde. Ich habe dazu gestern noch eine Sendung veröffentlicht, finden das ja auch auf dem Recenter-Kanal hier auf YouTube. Also da erkläre ich nochmal hier ganz genau, was Project 2025 ist, welche Leute da dahinter stecken. Das Ganze könnte man jetzt belabeln als Antikommunismus, das wird alle möglichen Punkte abgehandelt. Man möchte auch den Staatsapparat generell säubern von diesen ganzen Wokies. Und deswegen drehten dann einige Linke natürlich dann durch, als dieses Projekt eben dann vorgestellt wurde. Also die Panikmache, die bezog sich dann nicht nur auf Trump, sondern eben auch eben noch auf diese Agenda und viele Leute, die damit in Verbindung stehen. Ja, immer diese Panikmache vor einer typisch rechten Diktatur, als wenn die da jetzt halt so platt vorgehen würden. Ja, und das kann natürlich Leute motivieren, wenn sie da vereinnahmt sind von dieser Panikmache. Ja, also da werden manche Leute natürlich dann leider aktiv. Also, Trump war immer eine austauschbare Figur, das habe ich auch immer klargestellt. Heritage, der verschwiegende Council for National Policy und die Republican Party haben genug Politiker an der Hand, die Trump ersetzen können. Nikki Haley hätte problemlos Biden schlagen können. Also vor allem, wenn das Attentat dann so funktioniert hätte, wie es der Schütze anscheinend vorgehabt hatte, ja, dann hätte man Nikki Haley hergenommen und die würde dann Joe Biden halt eben dann schlagen mit einem großen Abstand. Die Republicans planen längst schon die Zukunft ohne Trump. Es ist noch unklar, wie sich das Attentat auf die Umfragewerte auswirken wird. Die Biden-Regierung dirigiert aktuell das FBI in Homeland Security, also gibt es genug Anlass für Streit. Und jetzt ist es natürlich wieder mal so, keiner will eine Untersuchung, deren Ergebnisse nicht gefallen. Also man kann da kaum irgendeiner Gruppe trauen, irgendwelchen Medien trauen. Du kannst den Massenmedien nicht trauen, du kannst aber auch nicht den sogenannten alternativen Influencern trauen. Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass gesagt wird, was mit der eigenen Ideologie konform ist und was der eigenen ideologischen Gruppe nützt. Zu diesem Zweck werden Sachverhalte unterschlagen, zurechtgebogen, fehlinterpretiert oder schlichtweg erfunden. Fox News musste gigantische Strafzahlungen leisten, weil man wilde Behauptungen sendete über die Wahlen 2020. Behauptungen, von denen man wusste, dass sie nicht stimmten oder die man nicht angemessen überprüfte. Es ging um die Einschaltquote und den Nutzen für die Republicans. Diverse Influencer lügen und fälschen am laufenden Band, also eine Endlosschleife im Relotius-Stil. Alex Jones ist praktisch ruiniert, weil er die Sandy-Hook-Schießerei als Fake-Inszenierung mit Schauspielern bezeichnete. Und bei der Verleumdungsklage deutlich wurde, dass es bei Infowars nur um virale Storys geht und niemand das journalistische Handwerk beherrscht oder beherrschen will. Ironischerweise sehen wir jetzt dann manche Leute aus dem linken Spektrum auf Social Media, die dann jetzt behaupten, das sei irgendwie eine Fake-Inszenierung gewesen. Also das können die Linken natürlich auch, sich sowas aus dem Ärmel schütteln. Ich meine, wir haben ja die Videoaufnahmen gesehen. Also Trump wird tatsächlich leicht getroffen von einem Projektil. Und es ist also höchst unwahrscheinlich, dass das jetzt einfach irgendwie so eine Inszenierung wäre, weil das Risiko einfach sehr, sehr hoch ist. Der Schütze hat anscheinend nicht viel Zeit von dem nicht weit entfernten Dach, da seine Projektile da abzufeuern. Und du weißt ja jetzt nie genau, wann jemand sich im letzten Moment noch bewegt oder halt eben leicht den Kopf dreht oder was auch immer. Also es ist halt so, jeder bastelt sich das immer so zurecht, wie er es gerne haben möchte. Niemand will sagen, wie es wirklich ist oder herausfinden, wie es wirklich ist. Das bietet ja zu viele Enttäuschungen, sondern die Leute sagen, wie sie die Sache gerne haben wollen. Dann, nach dem Attentat auf John F. Kennedy manipulierten linke Massenmedien das Image des getöteten Präsidenten. Also er war ein strammer antisowjetischer Politiker mit einem Kabinett voll Establishment-Figuren. Er und sein Bruder favorisierten aggressive Geheimoperationen und ließen sogar die CIA nach Presse-Leaks im Inland fahnden. Ups, die linke Presse log alles zurecht, damit es aussah, er sei ihr Darling gewesen, ihr Märtyrer gewesen. Und man sagte dann, die CIA und der militärisch-industrielle Komplex hätten ihn getötet. Also eine völlige Verzerrung der Gesamtsituation. Also so arbeiten auch die linken Massenmedien. Man lässt Dinge unter den Tisch fallen, man bringt einen Haufen Spekulationen mit rein, um halt das gewünschte Narrativ zu präsentieren. Ja, in Wirklichkeit war der Schütze der überzeugte Kommunist Lee Harvey Oswald, der Zeit in der UdSSR verbracht hatte und wahrscheinlich zusammen mit seiner russischen Frau vom KGB rekrutiert worden war. Um ein Haar hätte Oswald sogar den texanischen Gouverneurskandidaten Walker erschossen. Und dies entspricht klassischer marxistisch-leninistischer Terrorstrategie. Also ich empfehle Ihnen da einen Beitrag hier auf recenter.com. Das ist ein Kapitel aus meinem neuesten Buch, da geht es halt um das Kennedy-Attentat und wie man damit umging. Also es war halt einfach damals so, die Oberschicht in Amerika hat sich dann entschlossen, manche Aspekte des Attentats zu vertuschen, weil man wollte A, nicht die große Konfrontation jetzt mit der UdSSR, man wollte auch nicht die Bevölkerung soweit verunsichern und das Gefüge der Parteien durcheinander bringen. Weil nach so einem Attentat können sich ja dann Umfragewerte stark verschieben und wir wissen inzwischen wesentlich mehr. Also klar gab es manche Vertuschungen, aber die beste Literatur zu dem Fall sagt halt, Lee Harvey Oswald hatte halt mindestens oder ungefähr acht Sekunden Zeit, seine Schüsse abzugeben. Und er hatte versucht, jemand anderen schon vorher umzubringen, hat dann knapp verfehlt und außerdem gibt es halt diese ganzen sowjetischen Spuren. Das habe ich auch alles hier mal genau herausgearbeitet. Er war also kein einsamer Verrückter, er war nicht einsam, Lee Oswald hatte Kontakte und er hatte eine klare kommunistische Strategie. Durch endlose Propaganda wurde versucht, die Realität auf den Kopf zu stellen. Aus dem Komplott eines überzeugten Kommunisten wurde eine wilde Verschwörungshypothese gebastelt, bei der das FBI und die CIA im Mittelpunkt standen. Oswald sei Opfer, nicht Täter. Verschwörungsmedien lügen bis zum heutigen Tag. Eine Rede Kennedys vor den Zeitungsverlegern, in der er vor der Verschwörung durch die UdSSR sprach, sei eine Kriegserklärung an die Illuminati gewesen. Ich empfehle Ihnen dahingehend mein Video auf dem Kanal hier namens Die große Enttäuschung. Also da kam vor einer Weile hier so ein neues Verschwörungsbuch raus im deutschen Raum. Und er wurde als großer Aufhänger benutzt. Kennedy, ja, Kennedy war unser Mann, unser Märtyrer und Kennedy habe halt eben dann irgendwie den Krieg erklärt gegen die Illuminati-Mega-Verschwörung und so und deswegen hätte die Verschwörung ihn ermordet. Man nimmt dann eben Auszüge her aus dieser einen Rede von Kennedy und sagt dann, das war die Kriegserklärung Kennedys an die großen Verschwörer. Und dann wird noch betont, in der Rede sei es überhaupt nicht gegangen um die Sowjets, um die Kommunisten und halt die UdSSR. Aber wenn man sich die ganze Rede durchliest und den Kontext, dann geht es natürlich um die sowjetische Bedrohung. Kennedy sprach zu den Zeitungsverlegern und meinte halt eben zu denen, pass auf, was ihr abdruckt. Ja, ihr kriegt vielleicht manchmal so einen Scoop, irgend so einen Leak oder was und damit verkauft ihr mehr Zeitungen. Aber passt mal auf, dass ihr da nicht einfach wie den Sowjets auf den Leim geht und ihr kompromittiert hier unsere Sicherheit. Und es gab damals schon ziemlich krasse Leaks und wie gesagt, Kennedy hatte dann sogar schon die CIA angesetzt auf hier diese Bedrohung durch Leaks, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Und Kennedy und sein Bruder waren große Fans von verdeckten Operationen, also richtig große Fans von verdeckten Operationen. Ich empfehle ihnen dahingehend das Buch von Wiener über die CIA. Also bis zum heutigen Tage vollkommene Fehlinformationen, vollkommene Falschwahrnehmungen, die da immer noch grassieren. Und selbst in der heutigen Zeit wird dann in einem Verschwörungsbuch das immer noch als Aufhänger benutzt. Ich meine, wie kann man so krass versagen? Wie kann man einfach nur Auszüge aus einer Rede hernehmen, statt die ganze Rede hier anzugucken und dann irgendwie so tun, als sei Kennedy irgendwie unser Mann gewesen, unser Märtyrer, er habe uns alle retten wollen oder sowas. Das funktioniert so nicht. Also du wirst dann nicht gerettet werden durch irgendwelche etablierten Kreise. Also ist damit zu rechnen, dass jetzt bei dem Attentatsversuch in Bezug auf Trump, dass da jetzt diese alten Zoten wieder aufgewärmt werden und man will das alles hier in eine Verbindung bringen, obwohl das vollkommener Murkse ist. Dann werden Leute noch irgendwie was zitieren hier zu dem Attentat auf Abraham Lincoln und so weiter. Und da wurden alle möglichen Legenden gesponnen. Also immer heißt es dann irgendwie, ja der Präsident oder wer auch immer, der habe da die Macht der Banken brechen wollen oder die Macht der Zentralbank brechen wollen und deswegen hätte sich dann diese Verschwörung gegen ihn, hätte sich die Verschwörung da hier bemüht, ihn dann umzubringen und so. Das ist eigentlich vollkommener Käse, wo da alles schon tausendmal widerlegt. Die sagen, das hilft uns so nicht weiter. Aber es ist so ein Fanatismus, so eine Blödheit da draußen. Die Leute sind von jedem Schwachsinn überzeugt, den sie da präsentieren und jede Abweichung wird dann halt interpretiert als Boshaftigkeit oder sogar als Mitverschwörertum. Also bei dem versuchten Trump-Attentat muss man jetzt ganz genau hinsehen und ermitteln. Verschiedene Medien werden alles tun, um irgendein Narrativ zu etablieren, das ihnen gefällt. Diverse Spuren können sich im Laufe der Zeit als relevant oder irrelevant herausstellen. Also da wird ja erstmal in alle Richtungen ermittelt und manchmal merkt man, okay, die Spur war irgendwie nix oder es war nicht das, was wir dachten. Da kannst du nicht dann irgendwie später immer noch hier drauf rumhacken und sagen, das sei jetzt irgendwie definitiver Beweis gewesen für irgendwas. Kann aber auch sein, dass man irgendeine Spur, die interessant ist, nicht richtig weiterverfolgt. Und das müssen halt dann Reporter auch machen. Ein Zeuge meinte zur BBC, die Polizei und der Secret Service seien gewarnt worden vor einem verdächtigen Mann auf dem Dach, der deutlich sichtbar ein Gewehr gehabt haben soll. Die Beamten hätten praktisch nicht reagiert, obwohl mehr als eine Person die Warnung gegeben hätte. Also das ist schon ziemlich heftig. Wir haben auch den Clip verlinkt hier auf recenter.com. Das geht ja gerade total viral auf Twitter oder X. Also der Mann behauptet quasi, er hätte das richtig deutlich gesehen. Er hätte auch, also andere hätten das auch gesehen. Und mehrere Beamte hätten darauf nicht reagiert. Also es ist klar, dass sämtliches Beamtenpersonal da jetzt durchgeprüft werden wird. Gibt es da irgendwas Verdächtiges? Wenn Medien dies tun, können dabei grobe Verzerrungen auftreten. Also alternativen Medien ist dabei alles zuzutrauen, egal wie verrückt. Die Massenmedien manipulieren eher durch das Weglassen von Informationen. Also wie zum Beispiel bei dem Todesfall von Jeffrey Epstein im Gefängnis. Da heißt es dann so in den Massenmedien, ja, war ein Versagen, man hat da nicht richtig hingeguckt. Und wir verfolgen da diese Spuren gar nicht unbedingt richtig weiter und so. Also so machen das die Massenmedien. Und die alternativen Medien, diese Influencer, die erfinden einfach irgendwas. Also die haben dann teilweise, bringen Leute durcheinander und sagen dann, die Person sei eigentlich jene Person, was gar nicht stimmt. Oder erfinden den Background, der gar nicht da ist. Oder wie bei Sandy Hook wurde dann behauptet, diese Sandy Hook Eltern sind gar keine Sandy Hook Eltern, sondern so ein Schauspieler. Und dann wurden noch so idiotische Bildvergleiche gebracht von wegen, ja, der eine ist eigentlich, der trat bei einem anderen Event schon irgendwie auf und so. Ich meine, manchmal werden von Reportern Leute interviewt, das ist abgesprochen, das sind Plans, das passiert manchmal. Aber du kannst dir das nicht so rauspicken, wie es dir gerade halt irgendwie dann gefällt. Also da werden tonnenweise Fakes kommen, das ist so. Und diese ganzen Spinner, die melken dann mit ihr Publikum ab. Und die Fanatiker, die glauben dann wieder, jeder Widerspruch ist natürlich dann Feindseligkeit und bla bla bla. Also das ist komplette Idiotie geworden und da muss man sich halt wirklich dagegen wehren. Also, falls der Schütze Insiderhilfe besessen hätte, wäre der Kreis der involvierten Personen möglichst klein gehalten worden. Also du kannst da nicht unbedingt so davon ausgehen einfach, dass jetzt da irgendwie der ganze Secret Service da kompromittiert war und die ganzen Polizisten und so. Du musst jede einzelne Person genau untersuchen, in alle Richtungen ermitteln. Aber oftmals werden dann Narrative gestrickt, wo dann viel zu viele Mitwässer existieren würden. Und das wird dann manchmal halt extrem unwahrscheinlich. Haben wir auch gesehen bei Sandy Hook und anderen Schießereien. Da hieß es dann, es sei eine Komplettinszenierung und dann kannst du halt rumrechnen, da müssten ja dann fast alle Polizisten vor Ort eingeweiht sein, die ganzen Rettungskräfte und das Personal von der Gerichtsmedizin und, 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 und. Also es wird halt irgendwann komplett implausibel, so machst du keine verdeckten Operationen. Und Leute, die dann irgendwie so einen Schlons erzählen, die verstehen einfach auch viel zu wenig von verdeckten Operationen, auch von illegalen Operationen. Die wissen gar nicht, wie das geht. Sie präsentieren sich halt so als Experten, die sie gar nicht sind. Also der Kreis der involvierten Personen wäre möglichst klein gehalten worden. Die Gefahr wäre nicht nur immens, dass Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, sondern auch, dass der russische oder chinesische Geheimdienst davon Wind bekommt. Also wenn da so eine komplexere Verschwörung da ist, das kann total nach hinten losgehen. Also entweder landet es in der Presse oder irgendein feindlicher Geheimdienst kriegt da Infos in die Hand und das ist oftmals einfach zu riskant. Also ich muss immer abschätzen, was wäre der Wert einer solchen Aktion, wenn sie gelingt? Und ist es das Risiko wert und muss halt irgendwo noch plausibel sein? Die Frage nach dem Motiv ist entscheidend. Trump ist, wie erwähnt, völlig austauschbar, ziemlich inkompetent und kaum jemand will direkt mit ihm zusammenarbeiten. Wäre er erschossen worden, hätte Nikki Haley vielleicht die Kandidatur übernommen und Biden mit über 10% Abstand geschlagen. Das reicht natürlich dann rein in diese Trump-Mythologie. Ich berichte darüber seit fast 10 Jahren. Da werden so viele falsche Dinge erzählt. Wer Trump sei, was er angeblich könne, mit wem er da angeblich zusammenarbeite, dann wird das noch weiter gesponnen. Trump sei in einer heimlichen Allianz mit Putin und es gäbe noch ein geheimes Team um Trump drumherum und die würden jetzt dann bald die Democrats verhaften. Also jede Spinnerei wurde da präsentiert, um Wählerstimmen abzugreifen und Aufmerksamkeit zu bekommen und Klicks. Das ist einfach die Republicans, die funktionieren wie eh und je. Das erkläre ich auch in meinem Video über Project 2025. Da hat sich nichts wirklich verändert. Klar sind ein paar alte Neocons in Rente gegangen, aber diese ganze Heritage Foundation, CNP-Geschichte, das ist nach wie vor einfach da. Und die können mit jedem möglichen Präsidenten arbeiten, ob das jetzt Trump ist oder jemand anderes, das ist vollkommen irrelevant. Also werden jetzt Leute natürlich im Netz völlig falsche, sinnlose, sinnfreie Motive konstruieren, warum jetzt unbedingt jemand auf Trump abgezielt hätte. Aber wenn man da genau nachgeruckt, ergeben diese Motive so keinen Sinn. Niemand braucht eigentlich Trump. Er ist komplett austauschbar. Project 2025, die neue Agenda der Republicans, betont eine massive Stärkung der Geheimdienste und der Organisation des Heimatschutzes. Also das ist halt ein antikommunistisches Programm. Eine große Säuberung hat man davor. Das kann ein Motiv gewesen sein für einen einzelnen Schützen. Das kann ein Motiv gewesen sein für ein Netzwerk, dass die halt befürchten, dass diese Agenda so umgesetzt wird. Aber das ist halt alles im Moment sehr spekulativ. Verschwörungsinfluencer, die ständig über einen Deep State raunen, wissen schlichtweg nicht, wovon sie sprechen. Sie fabulieren dann eben von allem Möglichen. Die wichtigsten Leute bei den Republicans betrachten Russland als Feind. Trumps Top-Berater General Kellogg stellte kürzlich in einem Text klar, wie aggressiv unter der Trump-Administration die Außenpolitik war. Vor allem auch gegen die Russen. Also ich habe das auch nochmal verlinkt hier, das Video. Das heißt Trumps Top-Experte, Klartext zur Ukraine. Also das ist Trumps Mann. Und das sind noch weitere solche Leute, die genauso denken und genauso professionell sind und die betrachten Russland als Feind. Halten aber gleichzeitig so ein bisschen die diplomatische Tür offen. Und dahingehend musst du auch solche paar Statements bewerten von Trump in der Vergangenheit, wo es um die Russen ging. Also das war nur Strategie, das kann man zwischen den Zeilen lesen bei General Kellogg. Man ist super aggressiv in der Außenpolitik, macht dann aber so ein paar nettere Statements, einfach um da drüben den Druck rauszunehmen und halt die Tür ein bisschen offen zu halten. In der Hoffnung, dass Putin dann irgendwann weg vom Fenster ist und irgendwelche vernünftigeren Leute sind dann halt eben da vielleicht an der Macht in Russland. Weil wenn man jetzt zu der super harten Außenpolitik, wenn man da jetzt so eine super harte Rhetorie die ganze Zeit verwendet, dann könnte das den Fanatismus da drüben in Russland fördern. Deswegen hatte man hier so eine Doppelstrategie gewählt. Also das ist von Trumps Topberater, Kellogg. Und das ist etwas, was die Influencer da draußen nicht richtig kapieren oder was sie nicht ehrlich erzählen wollen und was die Aktivisten da draußen auch gar nicht wirklich kapieren. Das musst du dir mal vorstellen, du hast diese fanatischen Mageraktivisten und die kapieren nicht die vergangene Trump-Administration. Die kapieren nicht das Personal, die kapieren nicht, wie das alles funktioniert. Die haben da völlig falsche Vorstellungen von wegen Trump würde da jetzt bald dann die Welt retten mit Putin zusammen. Das ist vollkommener Käse. Also wenn jemand jetzt auch wieder so ein Motiv präsentiert, ja Trump hätte jetzt irgendwas vorgehabt mit den Russen und deswegen hätte der Deep State ihn jetzt irgendwie da beseitigen wollen. Also vollkommener Käse, das heißt man wird da draußen im Netz angelogen den ganzen Tag. Dann viele Trump-Aktivisten, viele Trump-Aktivisten, Influencer leben in einer Fantasiewelt. Typisch ist auch die klassische Verschwörungsideologie. Es wird heißen, die Windmühlen von Zion hätten Trump ermorden wollen. Diese Verschwörung existiert aber gar nicht. Trump ist überzeugter Zionist und es gibt viel elegantere Wege, jemanden aus dem Weg zu räumen. War ja auch so die Situation mit dem Kennedy-Attentat. Da haben dann Leute auch hinterher sowas zusammen konstruiert. Irgendwie die Israelis hätten ihn ermordet oder so, weil er gegen das israelische Atomwaffenprogramm gewesen sei. Wenn man da genauer hinschaut, merkt man, das war eher so eine strategische Debatte innerhalb Amerikas. Also man war damals auch natürlich total pro Israel. Aber man war sich nicht so ganz einig, ja, sollten die Israelis Atomwaffen haben, wenn ja, wann könnte das, wenn man es zum falschen Zeitpunkt macht, einfach eine dramatische Gegenreaktion haben? Dann würden sich dann irgendwelche arabischen oder halt einfach muslimischen Länder nuklear bewaffnen und dann hast du wieder ein viel größeres Problem. Das waren einfach nur so strategische Überlegungen. Und wir haben auch wirklich klare Belege dafür, dass die Amerikaner damals halt einfach das eine in der Öffentlichkeit sagten und hintenrum das andere machten. Also man hat dann gesagt, ja, in der Öffentlichkeit sind wir halt offiziell ein bisschen dagegen, ja, gegen das israelische Programm. Hintenrum tolerieren wir das natürlich, dass die Israelis sich da halt Sachen eingekauft hatten über Frankreich, England und so weiter. Also auch, die Leute wollen irgendein bestimmtes Narrativ. Sie wollen, dass es so und so ist, also basteln die sich das dann so hin und nehmen dann alles rein, was irgendwie in die Richtung geht. Alles, was irgendwie gefällt, wird dann in Gold aufgewogen und alles, was halt nicht gefällt an Sachverhalten, wird ignoriert oder halt einfach wegerklärt. Also Linke in den USA wähnen jetzt, also Linke in den USA wähnen generell hinter allem das Werk einer rechten faschistischen Weltverschwörung. Die Linken denken, Trump würde flugs zum Diktator mutieren und so. Die haben ihre eigene Verschwörungsideologie und ihre eigene Vorstellung. Und das hat ja auch ähnliche Wurzeln, also das erkläre ich auch in meinen Büchern, das heißt, es gab ein Fundament, das wurde dann halt ausschlaggebend für sowohl Rechtsextremismus als auch Linksextremismus. Diese riesen Verschwörungsideologie und diese Maßstäbe und Definitionen, die Rechten haben halt dann irgendwann das antisemitische Element noch weiter gesteigert. Die Linken haben das antisemitische Element dann irgendwann stark reduziert, aber es blieb halt dann einfach dieses Feindbild übrig von dem parasitären Kapitalisten, Kapitalistenschwein, Imperialist und so weiter und so weiter. Kann man inzwischen alles viel, viel besser rekonstruieren, historisch und geschichtlich. Und die Linken pushen halt nach wie vor ihre Verschwörungsideologie und die Republicans benutzen halt auch immer wieder leider die rechte Verschwörungsideologie. Also das wird ja über den C&P gesteuert und so. Da hat man einfach hier das Spektrum abgedeckt und man braucht halt einfach die Spinner, die Verschwörungsaktivisten, die Radikalen, die braucht man immer wieder als Wählerstimmen. Also pusht man diese Szene und dann läuft es jedes Mal außer Kontrolle, wie mit dem Kapitalsturm oder bei Covid und was auch immer und da muss man wieder halt an die Bremse reinhauen, dass das halt nicht außer Kontrolle gerät. Und das ist halt ein ganz gefährliches Spiel, was die Republicans da immer spielen. Dann der Tatort. Die Bühne, auf der Trump auftrat, befand sich vor drei Scheunen, auf denen die Polizei Scharfschützen positioniert hatte. Nicht weit davon entfernt befindet sich ein weiteres Gebäude, auf dem die Leiche des mutmaßlichen Schützen gefunden wurde. Es handelt sich also um den primären Ort, den ein Attentäter wählen würde und der sich in direkter Sichtweite der Polizeispotter befand. Also du hast halt nicht nur die Typen mit dem Scharfschützengewehr, sondern du hast halt eben dann auch die Spotter, die haben da auch so ein bestimmtes Gerät, mit dem sie alles nochmal genauer beobachten können. Ich meine, bei solchen kurzen Distanzen kannst du auch mit normalen Ferngläsern arbeiten und da hast du sofort immer dieses Zusammenspiel zwischen dem Schützen und dem Spotter und der sagt dann, da ist ein Ziel, da ist ein Ziel und dann hat der Scharfschütze das auch dann sofort im Visier. Und manchmal müssen die halt erst noch die Erlaubnis einholen, darf ich schießen, darf ich nicht schießen. Wenn es akut ist, die Bedrohung, dann dürfen die auch sofort schießen, ist klar. So und der Abstand ist dermaßen kurz, dass es verwundert, dass der Täter nur Trumps Ohr erwischt. Mit einem gewöhnlichen Zielfernrohr wäre die Aufgabe sehr leicht gewesen. Kurz bevor die Schüsse fielen, so sagten einige in der Menge, schien es, als hätten Scharfschützen der Polizei, die auf einer Scheune saßen, eben eine Bewegung in der Nähe bemerkt. Die Scharfschützen schienen sich auf etwas neben der Tribüne in Richtung eines Gebäudes, eines Wasserturms zu konzentrieren. Also das ist alles wirklich super seltsam. Man hätte auf dieses andere Gebäude auch Beamte draufsetzen können. Man hätte das einfach auch so am Boden sichern können, dass da niemand draufklettert. Wirklich bizarr, dass das nicht einfach richtig gesichert wurde. Laut diesem BBC-Interview mit einem Typen vor Ort gab es durchaus Warnungen. Ich meine, das Timing ist uns noch nicht so klar. Also es kann durchaus sein, dass dann relativ schnell eben die Beamten dann doch darauf aufmerksam wurden und dass sie dann doch aktiv wurden. Also da muss man halt immer die neuesten Details abwarten und die Timeline genau hinkriegen und so, dass du da bessere Aussagen machen kannst. Also du kannst nicht irgendwie so veraltete Informationen hernehmen oder eine manipulierte Timeline hernehmen, eine zu grobe Timeline hernehmen, nur damit du halt irgendwie ein Narrativ basteln kannst, was dir irgendwie gefällt. Und da musst du ganz genau hinschauen, wie kam das zustande. Also die Distanz war wirklich erschreckend kurz. Ja, so nah darf man Schützer niemals irgendwo rankommen, schon gar nicht auf einer erhöhten Position. Ich meine, wer ein bisschen Erfahrung hat mit Sportschießen oder Jagen und so, der kennt das. Also du kannst mit einem uralten Gewehr, mit Kimme und Korn, kannst du auf 100 Meter sehr gut treffen. Also das schaffe sogar ich, ja, mit so einem uralten Lee-Enfield-Gewehr. Da kann ich auch auf 100 Meter schießen mit Kimme und Korn und halt wirklich gut treffen. Und wenn du jetzt eine Distanz hast, die irgendwie 120, 150 Meter ist oder sowas, wenn du eine bessere Visierung hast, ist relativ einfach. Also das können auch Leute ohne besonderes Training. Da wird sich jetzt natürlich auch einiges darauf konzentrieren, was da genau wie in welcher Reihenfolge eben passiert war. Wir haben ein Foto von einem mutmaßlichen Täter auf diesem Dach. Das Dach ist weiß. Also du siehst da einen Typen, der sich deutlich abzeichnet. Der hatte auch anscheinend nicht sonderlich viel Zeit, weil er einfach so leicht gesehen werden kann auf dem Dach. Weil er so wenig Zeit hatte, hat er vielleicht auch nicht richtig getroffen. Soll sich um einen 20-jährigen Mann handeln aus Pennsylvania namens Thomas Matthew Crooks. Also so heißt es zumindest in der Presse. Aufnahmen der Leiche zeigen, dass sich die Kleidung deutlich abhebt von dem hellen Dach. Wäre nicht schwer gewesen, ein oder mehrere Beamte auf eben jenem Dach zu platzieren. Die Strafverfolgungsbehörden stellten am Tatort ein halbautomatisches Gewehr vom Typ AR-15 sicher. Dieser Gewehrtyp ist das Symbol für Konservative. Wird in vollautomatischer Variante beim Militär eingesetzt. Oberstleutnant George Bivens gab der Presse eine Zusammenfassung der Schießerei. Es hieß, derzeit haben wir keinen Grund zu der Annahme, dass es da draußen noch eine andere Bedrohung gibt. Es sei zu früh, um zu bestimmen, ob es sich bei der Schießerei um den Angriff eines Einzeltäters handelt. Also hier kommt gleich die Einschränkung. So ganz genau ist, wissen wir nicht. Also es gibt anscheinend jetzt keine aktuellen Hinweise darauf, dass es ein Netzwerk sei. Aber man ermittelt natürlich auch in die Richtung. Die Behörden überwachen die US-Bevölkerung durch das Abfangen elektronischer Kommunikation mithilfe von Informanten. Dabei geht man sehr aggressiv vor. Alle Datenbanken werden dann abgefragt, ob die Person bekannt war und welche Kontakte sie hatte. Ein gewisser Royex-Sonderagendes FBI sagte, es habe keine konkreten Bedrohungsinformationen im Zusammenhang mit diesem Ereignis gegeben, die dem FBI im Vorfeld bekannt gewesen seien. Ich meine, die radikalen Leute, die lernen natürlich auch dazu. Also wenn du dann irgendwie in Chaträumen vorher oder was, wenn du da über sowas sprichst, dann kommt das meistens natürlich raus. Es ist so, wenn jemand sowas alleine plant, wenn jemand so keine Spuren hinterlässt, sich mit jemandem austauscht, das kann schon funktionieren, sowas. Also so ist es nicht. Das haben wir gesehen bei Lee Harvey Oswald. Und jetzt nicht nur in Bezug auf Kennedy, sondern vor allem auch in Bezug auf dieses Walker-Attentat, das fast gelungen wäre. Dann heißt es hier, Robert Pape, ein Politikwissenschaftler an der University von Chicago, der die Haltung der Amerikaner gegenüber politischer Gewalt seit dem Angriff eines Pro-Trump-Mobs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht, führte letzten Monat eine landesweite Umfrage zu diesem Thema durch. Sie ergab, dass 10% der Befragten sagten, dass der Einsatz von Gewalt gerechtfertigt sei, um Donald Trump daran zu hinden, Präsident zu werden. Ein Drittel der Befragten gaben auch an, eine Waffe zu besetzen. Also das ist leider nun mal die Realität. Es gibt genügend Leute, die sowas machen würden und die das auch theoretisch machen können. Man kann nicht eine Person perfekt schützen. Wir kennen das ja, wenn ein US-Präsident irgendwie im Ausland ist zu Besuch, da ist die Gefahr nochmal höher, weil einfach die Amerikaner hier im Ausland nicht alles kontrollieren können, so gut wie zu Hause. Und deswegen werden dann Kanaldeckel zugeschweißt und wird alles abgesperrt. Teilweise hast du eine Panzerglas-Scheibe, die dann vor oder hinter dem Präsidenten dann aufgestellt wird. Man will einfach eben diese Sniper-Gefahr dadurch reduzieren. Mit dem entsprechenden Gewehr kannst du auch über viel höhere Distanzen schießen. Also das ist eine reine Trainingssache. Du brauchst jetzt auch kein Supergewehr, sondern es gibt eine ganze Bandbreite an Gewehren, die dazu in der Lage sind. Das heißt, die schießen einfach auf so und so viele hundert Meter doch relativ genau. Und mit einem ballistischen Rechner, mit einem richtigen Zielfernrohr, da kannst du dann wissen, okay, du rechnest halt mit einer gewissen Abweichung, faktorierst die ein und dann zielst du halt versetzt auf die Person. Und das Projektil landet dann eigentlich genau da, wo sie landen soll. Es gibt auch Stative für Gewehre und so weiter, um die Präzision zu erhöhen, etc., etc. Also Democrats machten viele fragwürdige Äußerungen direkt gegen Trump, fanatisiert ein Publikum, gibt es jetzt diverse Clip-Zusammenstellungen auf Twitter oder X. Also da wurden richtig krasse Sachen gesagt von Democrats. Die vergangene Trump-Admin war ziemlich gewöhnlich für amerikanische Verhältnisse, dennoch wurde das Narrativ verbreitet, Trump sei die größtmögliche Bedrohung. Die ehemalige Senatorin Claire McCaskill meinte irgendwie auf MSNBC, Trump sei gefährlicher als Hitler und Mussolini. Also totale Panikmacher, totaler Wahn. Die neue Agenda der Republicans, Project 2025, ist im Prinzip reiner Antikommunismus, eine geplante Säuberung des Staatsapparats. Und das käme halt eben dann als Motiv in Frage für verschiedene Personen und Kreise. Also dass sie vielleicht denken, sie wollen das irgendwie damit verhindern. Aber auch so ein Motiv wäre natürlich ein bisschen fragwürdig, weil wenn das Attentat schief geht, ja, dann schadet es solchen Kreisen, die das vielleicht vorgehabt hätten. Wenn es gelingt, schadet es auch den Kreisen, die das so vorgehabt hätten. Das ist ja nicht so einfach. Du kannst nicht einfach jemanden irgendwie so ausschalten und dann erwarten, dass dann magischerweise deine Agenda so funktioniert. Da musst du natürlich dann auch genau hier rekonstruieren, für wen machte das Sinn, was ist realistisch. Aber die Leute da draußen, die werden sich mal irgendwas rauspicken, was ihnen gefällt. Ich meine, du kannst jede noch so bescheuerte Überzeugung haben, du wirst immer im Internet irgendwelche Leute finden, die das teilen und die dir dann Bestätigung dafür geben. In meinem Video zu Trumps Agenda, Project 2025, da habe ich nochmal genau herausgearbeitet. Es steht vieles drin in der Agenda, was toll klingt. Es gibt sogar ein Kapitel über die Federal Reserve, wo man sagt, wir wollen die Zentralbank beschränken. Wir wollen da einfach halt, dass der Staat an sich nicht immer nur neues Geld schaffen kann, nach Belieben, um halt da mit Sachen zu bezahlen. Das klingt schön, aber du kannst da auch den Republicans nicht trauen, weil die selber natürlich dann dieses Federal Reserve System immer fleißig genutzt haben. Es ist immer schwieriger, wer macht es, wie macht man es. Und da können jetzt auch jemanden kommen und sagen, schaut her, die wollten in Project 2025, sie wollten die Macht der Zentralbank begrenzen und deswegen hätte jetzt die Bankerverschwörung, also die jüdische Weltverschwörung hätte jetzt Trump ermordet. Nee, Leute, nee, so funktioniert das nicht. Und ja, vieles davon ist halt einfach so Standardkrempel eigentlich für die Republicans. Die haben das schon vor Generationen vorgeschlagen, vieles auch umgesetzt, aber man bekam nie eine republikanische Mehrheit dadurch. Es war immer nur dieses 50-50-Equilibrium. Und einige Personen, vor allem sehr alte Familien in Amerika, die hinter der Heritage Foundation stehen, hinter Project 2025 stehen und dem C&P stehen, viele von diesen Familien sind super suspekt. Die haben auch China-Connections, die haben ganz, ganz komische Sachen gemacht. Und denen kannst du nicht einfach trauen. Trump-Anhänger betrachten jetzt den Präsidentschaftskandidaten nun vollends als Märtyrer, der vom lieben Gott vor dem Projekt Hill gerettet wurde. Es gibt auch Leute, die beschreiben Trump wie so eine Art König. Also long live Trump und so weiter. Ich meine, das ist komplett unamerikanisch. Das ist vollkommener Schlonz. Amerika soll eine Republik sein, keine Monarchie, keine Aristokratie. Das habe ich auch bemängelt hier bei diesem Project 2025. Es geht halt eher in Richtung Aristokratie, nicht Republik. Und viele alte Familien in Amerika, die wollten die wirklich eine Republik. Die wollten halt eher eine Aristokratie. Auf Social Media posteten Personen natürlich irreführenden Nonsens ohne Beweise. Der Deep State stünde hinter dem Attentat oder das CDC. Der republikanische Abgeordnete Mike Collins aus Georgia beschuldigte Präsident Biden, umgehend eine Schießerei bei Trumps Kundgebung angeordnet zu haben, lieferte natürlich keine Beweise. Es hieß, Joe Biden hat die Befehle gegeben. Collins antwortete nicht sofort auf Anfragen, hat ein Kommentar. Andere behaupteten in den sozialen Medien, dass der Schütze ein Mitglied der linksradikalen Antifa war oder im Auftrag von Transgender-Personen handelte. Keiner der Posts lieferte Beweise für ihre Theorien. Wir warten jetzt einfach mal ab, was an Informationen rauskommt. Es kann durchaus sein, dass der Schütze halt aus dieser Antifa-Richtung kommt. Kann durchaus sein. Es kann auch hier aus dem radikalen Segment kommen, der Transgender-Bewegung. Also da gab es ja vor einer Weile auch schon so eine Schießerei. Und da konnte man schon irgendwie mutmaßen, dass halt das Manifest von, ich glaube es war eine Täterin, die sich irgendwie anders identifiziert. Man konnte schon riechen, dass halt das in eine fanatisierte Richtung geht. Also diese typische, diese radikale Trans-Agenda. Ja, man müsse jetzt halt jedem Kind da irgendwie die Hormone geben und die Hormonblocker und Operationen. Und wenn man das nicht macht, dann würden die alle Selbstmord begehen. Und das sei jetzt eine Kriegserklärung von den Republicans. Und da müssen jetzt dagegen gekämpft werden. Das gibt es natürlich auch. Also es kann durchaus sich so ergeben. Aber im Moment ist es natürlich Quatsch, wenn jemand sagt, das war bestimmt so oder es muss so gewesen sein. Wir wissen es im Moment noch nicht. Im Moment haben wir einen toten Schützen mit unklarem Hintergrund. Die Liste weitergehender Verdächtigungen und Motive ist lang. Es muss professionell in alle möglichen Richtungen ermittelt werden, um festzustellen, wie der Sachverhalt ist. Nicht wie man ihn gerne hätte. Was ist jetzt im Moment der Fallout, den man absehen kann? Es könnten weitere Gewalttaten folgen gegen Personen aus dem Kreis der Republicans und Democrats. Das FBI und Homeland Security werden sich stärker auf solche Bedrohungen konzentrieren. Die machen jetzt natürlich alle Überstunden. Die beiden Regierungen kann nun Druck machen, um den Eindruck zu erwecken, tatkräftig zu sein. Dann kämen aber vielleicht zu viele radikale linke Strukturen ans Licht und Verbindungen ans Licht. Wenn die beiden Regierungen passiv bleiben, wird sie auch sehr schlecht aussehen. Das ist keine leichte Sache jetzt für die Democrats. Und wenn Trump erwischt worden wäre von diesem Geschoss, also ein paar Zentimeter in die andere Richtung und so, und dann wäre der jetzt halt in der Notaufnahme oder im Operationssaal und könnten den auch vielleicht wiederherstellen. Also wenn du so seitlich getroffen wirst und es verletzt halt irgendwie so deine Schädeldecke und es hat so einen gewissen Schaden an deinem Gehirn, das kann man auch wieder hinkriegen. Und dann wäre Trump einfach, ja, er hätte überlebt und er wäre ein absoluter Märtyrer gewesen. Wenn die Kugel ihn jetzt vollkommen ausgeschaltet hätte, dann wäre Trump halt ein toter Märtyrer und andere hätten bei den Republicans halt einfach so weitergemacht. Also einfach ganz normal weiter wie immer und halt mit diesem Project 2025. Und die Republicans hätten davon auch sehr stark profitiert. Man hätte diesen ganzen Auffind nehmen können für die Wahl und so. Ansonsten, wie ich ja mehrmals gesagt habe, Trump ist ersetzbar. Der kann nichts Besonderes. Er ist nichts Besonderes. Niemand will eigentlich mehr wirklich direkt mit ihm zusammenarbeiten. Er war halt einfach so beliebt, dass man ihm nicht mehr vorbeikam. Hat man ihn halt nochmal weiter umgezogen. Also das gehört da alles mit rein. Ja, also passen Sie auf da draußen, was Sie sich da reindröhnen an Medien. Wir leben im Zeitalter der Psychometrie und da können halt mächtige Kreise, auch international, die können genau rausfinden, was das Zielpublikum hören will. Und in welcher Form sie das hören wollen, dann wird es auch genau so präsentiert. Das ist in den letzten zehn Jahren unglaublich schlimm geworden. Und die Russen mischen sich in sowas immer mit ein. Und andere Player mischen sich in sowas immer mit ein. Da wird einfach manipuliert mit allen Methoden, mit allen Mitteln. Und damit muss man halt eben dann rechnen. Also wir halten Sie auf dem Laufenden, was den Fall anbetrifft, auf recenter.com, auf diesem YouTube-Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, holen Sie sich ein recenter Abo für recenter.media mit viel mehr Informationen. Exklusive Material holen Sie sich meine Bücher unter shop.recenter.com und auf amazon.de. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.